hey leute willkommen in road to vostok vom entwickler anti aus finnland diesmal zur public demo 2 so hier sind halt viele bots jetzt die haben auch wirklich alle an da muss man jetzt echt ein bisschen aufpassen versuche jetzt hier einen einen bot zu töten und mir dann seine ak zu holen da hockt irgendwo einer drinnen ach guck mal da den habe ich rucksack ich höre hier auch schon was sehr gut habt ihr das gesehen oh lol so easy so der muss doch da ist er ok die nehmen wir dahin haben wir hier irgendwo ein scope so jetzt rüst ich mal meinen meine ak aus einzelfeuer da kann ich ausstanden geil ich glaube ich spinne hier so schießt ich glaube der ist da unten der doofmann 0 du blöder sack echt soll schnell raus hier ich muss mir einfach abgewöhnt ständig die die sprinten taste zu drücken so was wo dann nicht der steht hier vorne oh ich flipp hier gleich aus ich sehe nichts ne aber du wirst von allen seiten beschossen das ist schon klar oder was 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 mich jetzt total stresst dass ich einfach nicht weiß woher die schießen ach da und der nächste alles klar ihr seid doch echt ein paar blöde säcker hier das darfst du keinem erzählen die hocken hier in den büschen oder im baum und ballern dann die sind doch wohl gekloppt geworden naja du bastard da hier freund da krieg mir deine waffe verdammt das kann ich dir nicht rüber nehmen okay das ist shit hoch kannst du behalten kannst du in der hölle lesen der hat mich gesehen kannst du deiner oma erzählen Junge so so jetzt schaue ich mal das ist besser ja ich mag etwas größere visiere das ist aber auch noch ein bisschen buggy ne hier guck mal hier der macht breakdance oder was jippie genau gerade eingefroren in seiner bewegung nehme ich mit und ab dafür so mein freund schlaf schön ja das ist gut so ein holo visier da kann ich mit arbeiten so schnell in deckung gehen Alter das gibt es doch gar nicht wo zur hölle oh Gott das das die munition nehme ich mit jetzt muss ich schnell was erwidern hier so ich habe eigentlich schon die meisten klamotten an einen rucksack haben wir so viel futtern muss ich nicht so scheiße ich muss echt was ablegen so das ACOG behalte ich mal okay würde ich sagen trade meins eins zwei drei meins so jetzt wechseln wir mal kurz die Waffe hier nochmal eine entdeckung jetzt packe ich mir die hier ein schauen wir mal Pistol so was können wir denn oh ich habe das sogar zweimal ach das ist das oh ne das ist nicht so schön da muss ich mal gucken das kann ich dann nehme ich das mal das sieht besser aus oh ja oh ja wow kann ich das zoomen nein kann ich nicht das ist ein bisschen stark das muss ich ein bisschen ein bisschen runterstellen ein runter ja besser wow auch wieder sehr sehr laut ich würde mal so gerne einen killen ach da ist einer boah das gesehen one shot nice ja sehr gut ja da würde ich sagen let's go dann gucke ich mal ob ich da rauskomme in die Map zur anderen Map ja da ist es oh wei sprinten das ist echt oh schon wieder einer oh da so die Map habe ich jetzt durchgespielt fürs erste da gucke ich mir jetzt mal Shipjad an Mann das gibt's doch gar nicht ey sag mal haben die an oder wat jetzt stirb endlich du Mist Köter du ach guck mal da mhm wat für Lümmels ey sind sie mich hier ach so wo die mich überall sehen und wegholen wollen das ist ja unfassbar hab ich doch richtig gehört ich hab keine Muni mehr fuck den hole ich mir noch den da oben wieso hüpft der denn dann ständig was ist denn da los was hat der denn für ein Problem wie kann ich ihm denn helfen so da war einer ein Schuss habt ihr das gesehen wow Hölle so ist das der einzige Eingang zu dieser Map normalerweise hat eine Map doch zwei muss man gerade doch da sehe ich die Anzahl an Munition ähm 22 Schuss das ist das okay sehr gut nice boah die Waffe ist geil so da hole ich mir gleich die Waffen und dann ziehe ich mir die Munition raus so unload so unload und wir müssen mir doch auch dann die da und dann drop was bedeutet eigentlich die 20% kaputt kaputt oder was das ist ein bisschen das fühlt sich ein bisschen zu niedrig an wenn ich mit der Waffe laufe so jetzt gehe ich mal zu den beiden Leichen hole mir deren Waffen und hole mir neue Muni oh das darf doch nicht wahr sein okay ist vielleicht besser Highway da gehen wir jetzt hin so hinten war Shipyard hier ist Highway dann ist das die dritte Map sehr gut ich hoffe ich habe genug Munition hier sind übrigens Autos die kann man öffnen ah voll in die Eier oh man was ist denn da drin Windbreaker Black oh schöne Gas fall doch um du doof was macht der denn da ich glaube es hackt hier pass auf hier laufen sitzt überall rum und da bin ich am Arsch komm ich da jetzt das lasse ich jetzt mal lieber so hier kann man wenigstens schön gucken dann wechsle ich jetzt noch mal die Waffe ein Visier drauf äh Schalldämpfer drauf so das ist doch oh nice viel besser hier sind rasiert welche genug hoffentlich genug Munition dabei habe 27 Schuss das ist okay da hinten ist wahrscheinlich die Map zu Ende das sieht das war ein Headshot wunderschön tolles Scope ich kann es leider nicht zoomen das ist schade was ist denn das das hört sich cool an ja die Sounds sind ordentlich schon wieder gehüpft Häschen hüpft das Killer oh Gott das Killerkaninchen wer schießt denn da einfach mal ballern keine Ahnung woher hast du gesehen ja so macht man das ein Schuss du Otto ich fürchte ich muss da rein da ist ja irgend na guck mal da streif dir nicht da war aber noch ein Schuss das habe ich doch gehört keine Muni mehr ach Mann ey das stresst mich so echt das ich bin vorher zur Hölle äh aktuell gibt es auch anscheinend nur eine Art von Munition das soll sich mit dem nächsten oh da mit dem nächsten Update ändern dann sollen verschiedene Kaliber und Größen und Arten von Munition kommen wieder hieß hier nüpf da ist er und runter 15 Schuss so ich laufe jetzt hier rein und hoffe ey wollt ihr mich ver- oh Mann was noch was kann oh nein oh nein oh nein Boah du Drecksack Minenfeld ah kann ich mich hier irgendwie jetzt mal heilen so das ist shit bitte ein bisschen Heilung ne ohne Waffe ich guck mal ob der noch eine Waffe hat ja also so langsam nervt mich das Spiel muss ich ehrlich sagen und ich bin gleich am Arsch so ich bin ja gar kein Ende mit den mit der mit den Bots was soll denn das so ein Quatsch ich bin jetzt gleich tot vielleicht habe ich wieder Leben wenn ich im nächsten Level bin das Minenfeld Junge 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 ne bin tot Untertitelung des ZDF für funk, 2017